die dhv news vom 23 juli 2021 mexiko was bedeutet das neueste urteil richter müller nicht mehr allein richter vorlage aus münster herzlich willkommen bei den dhv news und vielen dank für 190.000 abos auf diesem kanal das hier ist die erste sendung seit vier wochen ich war ja im urlaub zwischendurch und bin erst ein paar tage wieder hier von daher gibt es einen kleinen überblick über meine best of die ich mir jetzt angeschaut habe was so passiert ist in meiner abwesenheit konnten nicht super tief einsteigen in jedes thema werdet ihr nachher noch merken aber kommt ruhig mit mir ein bisschen best of gucken sozusagen und wem dazu alte nachrichten bei sind der kann ja die skip funktion benutzen und zum nächsten thema springen außerdem ist hier die folge 300 dhv news 300 wer hätte gedacht dass wir so viel folgen drehen müssen bis zur legalisierung damit wir noch mehr drehen müssen verdammt aber 300 wird natürlich erst mal gefeiert hier einerseits habe ich da so eine kleine bombe vorbereitet hier mal gucken ob die funktioniert wow krasse bombe außerdem haben wir neu zum geburtstag 300 folge ein hintergrund die weltkarte ist natürlich nicht neu ist schon ewig hier die weltkarte im hintergrund aber es wurde viel immer gewünscht dass wir doch da die liegeleist staaten einzeichnen sollen und dann den fortschritt im hintergrund immer markieren in der dhv news und das haben jetzt umgesetzt haben jetzt also im hintergrund die länder markiert die cannabis legalisiert haben und ja meistens seht ihr das nicht weil das eben alles amerika ist sei mal uruguay in südamerika und in nordamerika kanada paar us-staaten die sind meistens hinter dem bild verschwunden wenn hier bilder neben mir angezeigt werden aber hoffen wir mal dass das nicht so bleibt und dass zum beispiel in europa demnächst immer irgendwas sichtbar ist deutschland unter anderem ja da auch markiert werden kann und vorerst ja müssen uns halt müssen wir dafür kämpfen hier markierten hintergrund zu haben wir nehmen auch nur die wirklich legalisierten länder also die wo es wirklich geschäfte für erwachsenen gibt wo die hingehen können cannabis kaufen können und wo der markt komplett reguliert ist also auch der die produktion der großhandel import im zweifelsfall auch so dass da zum beispiel auch die niederlande rausfallen die haben ja ihre coffee shops wo erwachsene einkaufen können aber der ganze großhandel ist eben nicht reguliert es gibt keine keine qualitätskontrollen und so weiter nach wie vor verdienen da kriminelle zum teil am ganzen geschäft und so also das zählen wir nicht mit und es wäre auch zu vieles gut wenn wir jetzt medizin mit reinnehmen würden zum beispiel wo es cannabis als medizin erlaubt und kann man da schon starten mit zählen die nur thc für multiple skirose haben oder nicht und so weiter ja oder die cannabis in irgendeiner weise dulden da würde deutschland auch ankommen sagen ja aber wir stellen doch bei geringen mengen die strafverfahren ein ja da lassen wir uns gar nicht drauf ein so viel zeit haben wir auch gar nicht dafür jedes land der welt jetzt hier rum zu diskutieren wir richten uns einfach nach der legalisierten weltbevölkerung die fleißige zuschauer hier schon kennen die wir bei jedem neuen us-staat der legalisiert wieder hoch zählen ja wie viele menschen da leben in staaten die komplett legalisiert haben und danach richten wir uns auch bei unserer weltkarte das habe ich auch noch mal verlinkt in der video beschreibung dass ihr seht was da genau welche us-staaten zum beispiel genau mit dabei sind könnt euch das noch mal angucken ja und auf dass das nicht mehr noch mal 300 folgen dauert bis wir da viel mehr auf dieser karte sehen und passend dazu habe ich auch mein wichtigstes internationales thema ein bisschen vorgezogen weil es eigentlich in diese ganze diskussion reinpasst mexiko da hat es ein urteil gegeben mal wieder vom obersten gericht es gab dann wieder auch titel von wegen gericht legalisiert cannabis oder bringt die legalisierung schrittchen näher in mexiko und so weiter das ist nicht der fall muss man mal genau hingucken was da überhaupt los ist ja mexiko ist hier in der faunius auch ganz stark im fokus weil das eins der länder ist wo die legalisierung als nächstes mit zu erwarten ist durch das oberste gericht das hat nämlich schon 2018 geurteilt dass die cannabispolitik in mexiko verfassungswidrig ist insbesondere die verfolgung der konsumenten und dass kein eigenanbau durch die konsumenten möglich ist hat der regierung also damals aufgetragen die cannabis gesetze zu verändern verfassungsfest zu machen sozusagen und die regierung hat dann gleich angekündigt okay wir machen dann gleich ein komplettes legalisierungsgesetz und werden eben auch einen vernünftigen handel einführen und so weiter das wurde aber dann immer wieder verschoben zum teil wegen corona zum teil weil die sich da über die details nicht einig geworden sind in der regierung ihre regierungsparteien und so die haben es da ewig tot diskutiert mehrfach hat das gericht dann die fristen verlängert bis zu dem die dann endlich fertig sein sollen und jetzt hatten die die schnauze voll beim gericht und haben gesagt so jetzt machen wir konkrete vorschriften und die regierung muss jetzt anfangen genehmigungen zu erteilen für den eigenanbau von cannabis und für den besitz von bis zu fünf gramm du gabst das vorher auch schon die leute konnten das auch vor gericht im prinzip schon ja sich abholen sozusagen einen beschluss einen persönlichen beschluss von einem richter sozusagen der dann gesagt hat hier nach dem urteil von 2018 okay du darfst jetzt fünf gramm besitzen und darf ein paar pflanzen anbauen nur dass das halt sehr aufwendig war da jedes mal zu gericht zu gehen und mit anwalt und so weiter ja auch teuer und jetzt sagt hat gericht halt die bundesbehörden müssen das da selber machen und wollen die ruhe von den leuten die die anträge stellen wahrscheinlich auch und jetzt ist eben die frage was die regierung damit anfängt also die müssen jetzt nicht unbedingt super schnell handeln ja die können sich auch das noch mal ein bisschen überlegen auch wenn sie jetzt sofort anfangen sollen im grunde die die genehmigung zu erteilen und sie können es ja ganz langsam machen und sie können auch da hohe gebühren verlangen ja und am ende machen sie zehn genehmigungen noch dieses jahr oder so und sagen ja wir haben angefangen also das noch lange nicht klar ob das jetzt wirklich ein großer durchbruch ist oder das ganze weiter auf die lange bank schiebt womöglich länger als vor diesem urteil jetzt gerade weil die regierung damit ja auch daran erinnert wird dass es dem obersten gericht ausreicht wenn die leute nur selbst anbauen dürfen und für fünf gramm nicht bestraft werden die müssen also gar keine komplette legalisierung durchsetzen um das gericht zu befriedigen und insofern könnte das sogar nach hinten losgehen und die legalisierung in mexiko noch auf eine ganz lange bank schieben das bleibt also spannend ich halte euch da auf dem laufenden sobald klar ist wie die regierung damit umgeht mexiko gehört auf jeden fall nicht in der karte hinter mir markiert als legalisierungs land jetzt aber endlich zum start unserer kampagne die wir ja verkündet haben vor drei wochen dass es losgegangen ist wir haben die sonderseite auf handverband.de freigeschaltet zur bundestagswahl zeit für legalisierung ist unser motto hashtag btw 21 wir wollen dass nach der bundestagswahl nach ende der ära merkel mit einer neuen bundesregierung endlich richtige fortschritte bei cannabis gemacht werden es ist zeit für legalisierung wie gesagt das ist der slogan das ist die message und wir sind mit dem start sehr zufrieden also ja ich speziell jetzt ja habe gar nicht damit gerechnet dass so viele leute damit machen ein kern der ganzen angelegenheit ist dass leute ihre direktkandidaten im wahlkreis anfunken sollen ja über verschiedene kanäle per e mail oder sonst wie dass sie die legalisierung wollen ja oder dass ihr die wollt als wähler dieser kandidaten und das haben unglaublich viele leute offensichtlich gemacht ja wir haben da feedback von politikern die sagen ich kriege ja massenhaft e mails die die haben das teilweise als spam empfunden teilweise waren die eben auch gleichlauten wo die leute unsere mustertexte benutzt haben aber das genau das was wir wollen dass also wirklich die merken viele viele leute mehr als bei anderen themen wenden sich an mich um eben zu sagen okay das ist meine erwartung an dich als mein abgeordneter sozusagen und das hat schon mal super funktioniert jetzt machen wir noch ein bisschen feintuning ja zum beispiel könntet ihr wenn ihr noch nicht damit gemacht habt ja ein paar zuschauer haben vielleicht noch gar nichts davon gehört macht da mit schreibt das euren wahlkreis kandidaten und schreibt da rein dass ihr in dem wahlkreis des kandidaten wohnt ja dass ihr daher kommt damit ihr auch sehen okay das ist nicht das ist kein robot oder so ja sondern individueller mensch ihr könnt auch die texte ein bisschen anpassen die wir da vorgeschlagen haben der vorschlag ist eh nur macht es kurz ja keine reellen langen sachen schreiben da nicht großartig rum begründen sondern einfach nur ihr seid ein wähler ihr wollt legalisierung das ist eure message und fertig ja darum geht es im prinzip müsst ihr euch nicht verkünsteln bei den texten wir werden auch die mustertexte noch ein bisschen anpassen in diese richtung also wahlkreis kandidat angeben vielleicht auch eine freundlichere version für grüne und linke ja die sowieso auf unserer seite sind ja bei deren motivation noch mal gesteigert werden soll durch die ganze geschichte auch das ist ja wichtig dass sie nicht nur für legalisierung sind sondern in den verhandlungen dann grüne regierungsbeteiligung da noch was durchsetzen und nicht nur irgendwie dafür sind also das ist schon mal gut gelaufen und nach wie vor ist der aufruf an alle mitmachen da ihr findet das alles übrigens nochmal in der video beschreibung den link dazu vielleicht auch irgendwo über mir mit so einem info i ne also da findet ihr die kampagnen seite geht mal dahin gucken und was auch ein meilenstein ist bei der ganzen angelegenheit ist die anzeige in der grünen mitgliederzeitung ja das natürlich auch jetzt im rahmen unserer wahlkampf aktivitäten dass wir da gucken wo kommen wir rein in die mitgliederzeitungen die haben gar nicht alle mitgliederzeitungen mehr so mit print und so den start haben jetzt die grünen tatsächlich gemacht da seht ihr jetzt neben mir diese anzeige und da bin ich total happy drüber weil das auch ein meilenstein in der lobbyarbeit des deutschen handverbands ist das haben wir noch nie gemacht konnten wir uns noch nie leisten da sind wir noch nie reingekommen jetzt haben wir den fuß in der tür wir haben es geschafft zum ersten mal eben auch da meilensteinchen zu setzen die hv macht jetzt auch liegeleist werbung in parteizeitungen und das wird nicht die einzige bleiben jetzt im wahlkampf mindestens eine weitere partei wird auch vor der wahl von uns noch so eine anzeige sehen ja super bin ich stolz bin ich stolz und froh und alles ja auch durch natürlich ermöglicht durch euch außerdem brummt der dhv shop da haben wir ja einiges zu bieten für euch ein paar beispiele habe ich auch hier zum beispiel aufkleber zeit für legalisierung ja gibt es auch noch mal kleiner davon abgesehen natürlich auch neuer merch nebenbei bemerkt tassen zum beispiel ja aschenbecher und so zeug da könnt ihr auch noch mal gucken aber wichtig ist natürlich vor allen dingen dass ihr die message nach außen tragt zeit für legalisierung flyer gibt es da postkarten gibt es da ja bedient eure nachbarschaft damit bringt die message nach draußen diskutiert mit eurem umfeld und eben auch mit allen die da zukünftig wahlkampf machen die euch ansprechen wenn ihr einen infostand seht demnächst noch ist ja noch gar nicht so richtig losgegangen aber sprecht die leute an damit am ende wenn es darauf ankommt in den koalitionsverhandlungen cannabis ein thema wird so jetzt noch mal ein ritt durch diverse themen hier die wichtig waren teilweise schon ein bisschen älter zum beispiel die meldung richter müller ist nicht befangen da gab es ja ein verfahren der staatsanwaltschaft frankfurt oder was schon seit einem halben jahr läuft oder so oder noch länger die gesagt haben richter müller soll jetzt unseren fall hier wegen ein paar gramm cannabis nicht mehr machen als richter weil der befangen ist der ist ja für legalisierung das sagt er auch noch andauernd in medien und so ja und außerdem macht er da auch noch so eine vorlage beim bundesverfassungsgericht das geht ja nicht ja da der der hat eine meinung und deswegen soll der nicht bei cannabis mehr urteilen das hat zuerst das amtsgericht bernau abgelehnt dass dafür in erster instanz zuständig war seine kollegen sozusagen richter müllers kollegen beim eigenen amtsgericht jetzt hat sich normal das landgericht damit befasst und die haben aber auch jetzt die sache nach langem hin und her abgelehnt und damit ja müller das freigesprochen von der befangenheit und gesagt ja der darf eine meinung haben darf ja sagen wunderbar sehen wir natürlich auch so gute sache dann nochmal richter müller als thema sozusagen aber auch im weiteren umkreis unserer umfeld unserer ganzen justizkampagne von 2019 da sieht man manchmal auf wie lange manche bretter zu bohren sind ja oder schwimmen bis die geboren fertig geboren sind oder wie auch immer der sinn der sache war ja dass das verfassungsgericht sich beschäftigen muss mit cannabis endlich mal wieder 25 jahre nachdem das verfassungsgericht 1994 zuletzt ein urteil zu cannabis gefällt hat und gesagt hat naja die strafverfolgung der konsumenten so wie sie ist ist nicht verfassungsgemäß und seitdem ja hat es keine vorlage mehr geschafft dahin ja dass sie wirklich ernsthaft noch mal geurteilt hätten und das wollten wir ändern haben eine muster vorlage dafür gemacht und so weiter richter müller war einer von denen die das aufgegriffen haben die die vorlage dann mal verfeinert haben oder ja er insbesondere ja als richter ist der einzige richter gewesen der es gemacht hat bisher bekannt einige angeklagte also konsumenten die wegen geringer mengen vor gericht standen und so weiter haben die auch benutzt die vorlage einige cwd händler zum beispiel auch ja man kann jeder der angeklagt ist wegen cannabis kann nach wie vor daran gehen die vorlage nutzen auch das findet ihr in der video beschreibung die kampagnen seite dazu mit den vorlagen und so weiter oder vielleicht auch hier oben irgendwo also macht da ruhig weiter an der front wichtig die message aber jetzt müller ist nicht mehr allein das amtsgericht münster hat ebenfalls beschlossen sie halten cannabis das verbot von cannabis für verfassungsgericht potenziell sind selbst der meinung dass das wohl der fall ist haben sich auch an müller orientiert an seiner vorlage und gesagt okay die wir haben das alles durchgearbeitet die argumentation und das ist für uns einleuchtend ja das hat da handelt bei uns klick gemacht als wir das gelesen haben und wir sagen jetzt auch das cannabis verbot ist verfassungsgericht und schließen uns den an liegt also jetzt auch beim bundesverfassungsgericht wurde uns auch bestätigt vom verfassungsgericht dass das jetzt da ebenfalls im verfahren ist insofern noch mal der aufruf an alle betroffenen aber auch an alle richter die sagen okay ich will den typ hier nicht verknacken wegen zwei gramm oder auch 20 gramm ja im vergleich zu dem anderen der halt bier und schnaps ohne ende hat ja ist das nicht gerechtfertigt das ist nicht verfassungsgemäß und das schöne an der geschichte ist jetzt hier münster hat eine kleinere vorlage genutzt die haben also nicht dieses riesen ding nochmal überarbeitet wie von müller oder auch unsere mustervorlage die sind ziemlich lang und groß und so weiter die münsteraner vorlage ist deutlich kleiner die haben die wesentlichen argumente nachvollzogen und sich ansonsten auf die vorlage von müller bezogen und werden jetzt eben auch beim verfassungsgericht mit verhandelt also ist die hemmschwelle vielleicht für ein paar richter ein bisschen kleiner geworden dadurch die jetzt vielleicht lust kriegen sich da auch mit ranzuhängen und zu sagen komm wir erhöhen das gewicht dieser dieser vorlagen beim verfassungsgericht jeder richter der da noch zusätzlich dazu kommt ist wichtig um das um die ganze bedeutung dieser ganzen geschichte nach oben zu bringen ja und vielleicht tatsächlich am ende über den weg die legalisierung durchzusetzen wer weiß dann haben wir noch mal die kleine nachricht es gibt das erste deutsche gras in apotheken ewig hat es gedauert das war ja nach dem gesetz von 2017 cannabis als medizin in deutschland immer der plan dass deutschland eben auch selber anbauen soll die patienten selbst mit versorgen soll vielleicht nicht zu 100 prozent es war auch klar es wird immer auch import geben aber es hat ewig lang gedauert ja das war zuerst wurde die ausschreibung irgendwie rechtlich versemmelt dass sie nochmal komplett neu gemacht werden musste nach ein paar klagen und so und dann wurde die ernte versprochen total unrealistisch ziemlich schnell nach der lizenzvergabe dabei mussten die erstmal jetzt mit wahnsinnigen sicherheitsvorschriften riesige bunker bauen und so und von drei lizenznehmern in deutschland ist auch erst einer jetzt fertig mit den ersten paar kilo cannabis die geliefert wurden und die anderen sind immer noch am bauen ja mit ihren ihren anbau facilities da mit ihren fabriken sozusagen aber immerhin auch ein kleiner meilenstein es gibt ja auch deutsches gras für deutsche patienten müssen nicht immer alles mehr importieren sind nicht mehr so darauf angewiesen vielleicht eine kleine erleichterung auch für lieferengpässe die wir ja immer mal wieder hatten zwischendurch vielleicht auch ein positiver effekt auf die preise wir haben schon erste hinweise dass da leute dafür doch deutlich weniger bezahlt haben als das bisher in apotheken möglich war mal gucken wie sich das entwickelt sind ja auch erst die ersten paar kilo da sind ja doch nochmal größere mengen zu erwarten aber es sind auch immer mehr patienten zu erwarten von daher bleibt es so ein wettlauf dann kurzer hinweis der alternative drogen und sucht bericht 2021 ist veröffentlicht worden wieder mal von den ja wissenschaftlern die ernsthaft drogenpolitik betrachten wollen in diesem bericht und nicht nur so ein bilderbuch machen wie die drogenbeauftragte wo sie hier und da wieder die bundesregierung repräsentiert hat ohne großen inhalt ja in dem bericht da wollte eben der alternative drogen und sucht bericht was entgegensetzen das passiert auch schon seit jahren aber ich habe mir jetzt auch noch nicht gelesen können wie gesagt bin auch gerade erst zurück aus dem urlaub das ist auch ein richtiges ding mal wieder und ja von mir ist diesmal kein artikel mit drin ja ich wundere mich schon ich habe gedacht ich hätte gerade erst einen vorgestellt aber ja die zeit vergeht schnell und ist schon wieder ein neuer da ja jahresbericht diesmal auch mit dem schwerpunkt alkohol und tabak trotzdem für manchen vielleicht interessant link in der video beschreibung guckt rein wenn euch das interessiert und zum schluss nochmal ein ähnlicher hinweis auf eine umfrage in der schweiz meinungsumfrage richtig offiziell vom bundesgesundheitsministerium in auftrag gegeben worden viele befragte auch vom meinungsforschungsinstitut da dreieinhalb tausend ist also wirklich belastbar nicht wie üblich sonst so tausend ja was auch schon normalerweise einigermaßen repräsentativ ist so dass man auch die untergruppen ernst nehmen kann ja da sonst kann man bei den umfragen nur sagen okay ja oder nein wie viele und so ja aber nicht so in den untergruppen von wegen wie haben denn die anhänger dieser partei dazu gestanden oder die und die altersgruppe oder so da sind dann einfach die zahl der leute ist dann sehr klein und man kann nicht wirklich sagen ob die prozentsätze da stimmen bei dreieinhalb tausend sieht die sache schon anders aus vor allen dingen bei einer kleinen bevölkerung da gibt es dann auch jede menge fragen wie was ist der wichtigste grund für oder gegen die legalisierung für die leute und so weiter da kann man ein bisschen drin schmökern aber die hauptmessage will ich euch natürlich nicht hier verheimlichen zwei drittel der schweizer sind für die legalisierung von cannabis das ist natürlich eine riesige welt auch im vergleich zu deutschland wo wir uns gerade erst so langsam auf die 50 prozent zu bewegen und zwar ranrobben sozusagen ganz langsam das ist schon mächtiger wert insofern kann sich die schweizer zumindest für diese modellprojekte die sie gerade machen sehr gestärkt fühlen und im grünen könnte sie auch gleich cannabis legalisieren ja scheinbar ist das so dass sie mittlerweile keinen ärger von der bevölkerung dafür mehr kriegen würden und dann komme ich zu den terminen ortsgruppen termine regensburg macht man wieder einen infostand vielleicht auch bald alle durchgeimpft da wir arbeiten auch dran im dhv team bald können wir auch wieder uns normal bewegen super infostand in regensburg 25 juli oldenburg ein treffen der ortsgruppe auch am 25 juli sonntag dienstag 27 juli trifft sich hamburg in der ortsgruppe ohne klönschnack ja ich bin ja umgekippt als ich das gesehen habe sonst steht da immer hamburg macht klönschnack jetzt ist es ein treffen der ortsgruppe wie bei anderen auch vielleicht gibt es trotzdem klönschnack ja heidelberg dienstag 27 juli online hanftisch des hanfverbands rhein-neckar neckar also ja auch treffen und quatschen und so dann haben wir in oldenburg ein offenes online treffen der ortsgruppe am 1 august sonntag und dienstag 3 august nochmal oldenburg themen abend der dhv gruppe also ich nehme an der unterschied ist am 1 august hat die gruppe eine tagesordnung an der sie arbeitet und to do's und am dienstag hat die gruppe dann dürfen dann die teilnehmer selber themen einbringen spontan und alles mögliche wird bequatscht und so weiter open micro sozusagen verstehe ich mal so ja also wenn ihr da jeweils in den städten unterwegs seid und endlich legalisieren wollt ja dann guckt doch mal da vorbei ob ihr da irgendwie sinnvoll mitwirken könnt das war's für heute, liked dieses video, aktiviert die glocke, abonntet den kanal und ich wünsche euch damit noch einen schönen tag und einen geruhsamen abend ein und die 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 Vielen Dank.